Man muss drei auswählen, äh... Kannst du auch mehr auswählen? Ja, man muss mindestens drei auswählen? Ja, mindestens musst du drei auswählen. Ich hatte nur zwei. Achso, ich hab noch nicht auf den Chat geachtet. Jemand hat gefragt, wie man das Spiel spielen kann. Man braucht einen Invite von jemandem, der das Spiel hat. Also von deiner Freundin ist es oder so. Ich weiß nicht, wie... Ich sehe gerade, dass ich im Chat gar keine Timestamps habe. Äh... Warum? Okay. Ah, hier. Äh, was muss ich jetzt machen? Ja, es ist schon eine Viertelstunde her, dass ich das Wort finde. Ich finde... Du kleidest ganz lustig da lang. Na, das ist einer der Charakter, den ich mir angeschaut hatte, wo ich dachte... Äh, ich gleich mal so... Eieiei... Das ist nämlich... Okay, ich hab keine Reichweite... Scheinbar... Ich... Ja... Erstmal Creeps, hört mal ich an. Och, meins, sollte er nicht nachladen, nach vorne laufen. Und noch ein Shooter, ne? Und noch ein Shooter, ne? Und noch ein Shooter, ne? Oh, fast... Ah, du hast den, oder? Ja... Nice. Aber der hat mich... Uh! Ich hoffe, ich brauche dich nicht zu brauchen. Welche Leinen waren wir? Orang, oder? Ach Gott, dämlich bin ich weggekommen. Ich hätte zu einem von dem Turm rennen müssen. Ich hab noch nicht Map-Awaren, das ist echt schwierig, finde ich. Was ist denn Active Ability? Natürlich anstrengend. Muss man ja anwenden. Welchen Champion spielst du? Ähm... Diesen... Keine Ahnung. Einer, der nichts auswählt, auf jeden Fall. Sind wir schon zwei? Ich würde sagen, ähm... ...dass man immer erst mal die... ...die Creeps weghauen sollte, und dann auf die Gegner gehen sollte. Ach... Hier gestorben. Ach, du bist die Me... Das heißt, du hast du nicht so einen Koffer, wo du dich drin verstecken kannst? Ja, das hab ich gerade erst freigeschaltet. Der ist super. Der kann auch hier kaufen. Ah, ich hab den Koffer jetzt geskillt. Goddammit. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit den Tasten. Ich muss irgendwie... Vielleicht muss ich's auf X, Y und X und C legen, die... ...die Fähigkeiten. Ja, die kann man viel einfacher kriegen, rankommen, als an 1, 2 und 3, hab ich das Gefühl. Ich bin immer jemals. Ja, ich bin immer noch etwas zufrieden. Ich bin immer noch zufrieden. Ich bin immer noch zufrieden. Scheiße. Ich bin immer noch zufrieden. Und dann, ich bin immer noch zufrieden. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gleich wieder tot. By the way, die Creeps heilen auch uns. Dieser Heil-Creep heilt auch uns, falls das noch nicht gut wird, genau. Oh, da müsste erstmal welche da sein. Gott, der Lightning Ball hat mich erwischt. Ich bin eben Nahkämpfer, das ist das Problem. Und ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Es sind auch gerade zwei, glaube ich, hier, oder? Nee. Hey, du bist Nahkämpfer? Ja. Ja? Mein... Warum kann ich das jetzt nicht abkennen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht was mit dem Test zu tun. Oh, ich bin noch der Faschinen. Hinter dir, Richard! Was? Lifesteal. Das ist das, was ich brauche. Was? Wie? Ich war instant tot? Was? Was? Das ist, was ich für heute? Was? Was? Das ist das nicht. Wie ist das? Wiem, wir müssen losieren. Wiem, wir müssen die Zeit, ist das bei der Fall. Was? Was ist das? Er hat mich einfach gemessert, Richard. Was? Ach, die Items liegen dann auf... Ich verstehe, deswegen liegen die Fähigkeiten nicht automatisch darauf. Weiß ich nicht, ob ich da ein Fan von bin. Ich sehe jetzt erst, wie ich an dieser Leitung fliege. Ich kann dich nicht вот mit. Ich kann dich nicht. Die Leitung fliege. Die Leitung fliege. Die Leitung! Äh, die pushen gerade übelst krass rein. Was ist denn das? Der kann echt einfach einen Nahkampf... Ach nee, das ist wahrscheinlich einfach nur in... ...in Q gewesen. Und da fällt echt nicht nah ran. Hab ich's gefühlt. Naja, also... Ich mache in der Nähe wahnsinnig viel Schaden, aber... Ich wollt nicht blau, ich wollt orange. ... 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 verstehe ich das es gibt nämlich solche creep camps die machen irgendwas ich habe keine ahnung was es ist auch total sinnlos das jetzt zu machen aber junge ich wollte doch einfach nur das ausprobieren das war richtig krass ich stand da drinnen und dann war schon einfach zwei leute die gerade in dem kampf sind rein und ich sterbe einfach nur durch den schaden der da reinkommen links und rechts sieht nicht so gut aus für uns die ganzen stats habe ich auch keine ahnung was diese machen ich kaufe das vorgeschlagene also das beste was auch eingefügt haben dass es überhaupt vorgeschlagene sachen gibt die sind wahrscheinlich nicht die besten insgesamt für jedes würzeln ist gerade einfach gestorben ich verstehe noch nicht ach so ich muss drüber fliegen und die bombe runter also der charakter ist schon ziemlich lustig weil du halt dich in so ein steinteil verwandeln kannst und wenn du das richtig einsetzt kannst du halt einfach auf die leute drauf ich trocken und damit schaden machen wir können mal wieder auf die leute drauf doch Oh no! Nein, ich wollte doch nur meine Ultima! Ah, das war dumm, da rauszurennen. Also ich muss sagen, der andere Charakter hat mir besser gefallen. Aber der hier ist auch einer als nicht-beginner-friendly, ähm, deklarierter Champion. Oh no! irgendwie in dem spiel nie zusammenstellen als team wenn meine leute pinkt dann haben die ja auch eine geile rote umrandung ich kann elise ich kann elise hochheben und ich bin ernst und tot ok what's the plan stay together man hat ja so ein cooles ping will ich komme aus der base raus und sterb der seine ulti direkt dort gemacht hat alter macht die schaden ja die ulti ist richtig krass also ich glaube alle ultis machen schon also alle ultis sind interessant und haben sehr viel utility aber dem seine macht hat einfach in einem riesigen umkreis schaden das war einfach ich kam da rausgekleidet wurde gesloat bin runtergesprungen war immer noch an der ultran und bin gestorben ja die ulti von dem ist glaube ich ein bisschen zu krass ja auch oh god der ist doch der der am meisten der machia gemacht hat ich hab nichts gemacht außer zu sterben ok wen hatte der denn gehabt der ist so lustig aus den serven glaube ich den serven ja wenn es euch gefallen hat lasst doch ein like da oder abonniert unseren kanal für noch weitere bedrock videos das ist so lustig aus das ist so lustig aus das ist so lustig aus